Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schaas feinem Podcast Episode 303. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Was soll ich sagen? Corona Update. Ich könnte kotzen. Wir haben jetzt fast ein Jahr Pandemie. Oder es gibt immer noch so viele Leute, die diese Scheißregeln noch nicht drauf haben. Mit Masken, mit Abständen, mit Einbahnstraßenregelungen. Ich war neulich in der Tankstelle und vor mir stand jemand, ich weiß nicht, der hat so Kram gekauft und Tanken bezahlt, bla bla bla. Und es sind in der ganzen Tankstelle sind Pfeile auf dem Boden. Und da steht ein Schild Einbahnstraßenregelung. Und der Typ dreht sich doch zu mir um und will an mir vorbei. Den gleichen Weg, den er reingekommen ist. Mir bleibt langsam nicht mehr viel mehr übrig als Zynismus. Und dann, na gut, machen wir halt auf unbestimmt weiter mit dem Scheiß. Lockdown hier, Lockerung da, Selbstisolation. Warum denn nicht? Kein Problem. Das Schöne ist, ich kann noch nicht mal Carbonara kochen, weil meine Specklogistik im Arsch ist. Rewe, ich hatte ja im Rewe-Online-Shop Druncale bestellt. Hatte erzählt in Folge 295 davon. Supergeil. Genau die richtige Portionsgröße. Kommt irgendwie, musst halt, musstest ein paar Tage im Voraus bestellen. Und dann kam das halt per Express über Nacht circa sechs Tage später an. Also sechs Tage Vorlauf, um die Bestellung fertig zu machen. Und dann wird es per Express verschickt. Hat super funktioniert. Rock'n'Roll gibt es nicht mehr. So, das heißt, ich habe keine Möglichkeit mehr, eine fertig portionierte Menge von diesem supergeilen Carbonara-Speck zu bestellen. und muss jetzt auf irgendwelche windigen Händler zurückgreifen. Ich habe ehrlich gesagt noch nicht mal irgendjemanden gefunden, wo ich jetzt das Gefühl habe, das könnte funktionieren. Der eine Online-Shop, der das beste Preis-Leistungs-Verhältnis hat, der sitzt in Italien. Und der kostet halt die 300 Gramm-Packung von diesem Speck, also die doppelte Menge, die ich eigentlich bräuchte für vier Portionen, kostet da irgendwie, was weiß ich, ich sage jetzt mal 9 Euro. Und wenn die aber, sobald du anklickst, ich will nach Deutschland verschicken, zahlst du 20 Euro Porto. Was soll die Scheiße? Dann habe ich jetzt noch irgendeinen, der hat nichts unter 650 Gramm. Auch in Ordnung. Kein Problem. Würde ich ja machen. Da funktioniert der Shop überhaupt nicht. Du klickst irgendwie, legst das in den Warenkorb und es passiert nichts. Irre. Das heißt, jetzt könnte ich überlegen, ich bestelle das bei Amazon. Da gibt es das nicht unter einem Kilo. Immerhin, Jonas hat darauf hingewiesen, man kann den Speck auch sehr gut einfrieren. Das heißt, ich werde demnächst eine Bestellung aufgeben. Und dann haben wir halt ca. 900 Gramm gefrorenen Speck in der Truhe. Was soll schon schief gehen? Vielleicht finde ich ja aber auch jemanden für eine, so etwas wie ein Lesezirkel nur mit Speck. Keine Ahnung. Unabhängig davon, also Rewe.de, ich finde euch doof dafür, dass ihr den Speck ausgelistet habt. Und die Herzdame besteht darauf, dass ich erwähne, dass sie gesagt hat, dass ich meinen Speck auch mal auslisten könnte. Herrje. Gut, genug rumgeflucht. Ich habe diese Woche nicht allzu viel Neues zu berichten, außer dass ich ein neues Spiel angespielt habe, das es bei Epic für kostenlos gab. Jurassic World Evolution. Zumindest die Basisversion, da gibt es dann auch verschiedene Erweiterungen. Ja, ist halt auch wieder so ein Aufbaustrategiespiel. Die mag ich grundsätzlich. Das gefällt mir ganz gut. Man muss halt einen Jurassic Park aufbauen. Man muss Dinos züchten, Geld verdienen. Man muss Expeditionsteams losschicken, um noch mehr Genomdaten irgendwo in archäologischen Fundstätten zu suchen, damit man die besseren Dinos züchten kann. Die kann man dann verkaufen. Bla, 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 bla. Am Ende schaltet man dann bis zu fünf neue Inseln frei, forschen und fängt wieder von vorne an, im Prinzip so. Im Spiel hat man es beim Personal mit drei Fraktionen zu tun, Wissenschaft, Sicherheit und PR. Die stellen Aufgaben und wenn man jemanden zu doll vernachlässigt oder dessen Aufgaben zu oft ablehnt, dann kriegt er schlechte Laune, sabotiert irgendwann den Park. Und es ist wirklich schwer, da nicht zum skrupellosen Geschäftemacher zu werden, denn dann wird es schnell langweilig. Also ich habe jetzt halt so ein paar Sachen, wo ich gesagt habe, okay, ich weiß, wenn ich jetzt in dem Forschungszentrum an der Genforschung sage, erforscht doch mal intuitives Lernen und aggressives Verhalten, dann freut sich zwar mein PR-Mensch, weil das dann unterhaltsamer wird für die Besucher. Ich weiß aber, dass das Risiko steigt, dass es schief geht. Also habe ich es halt gelassen erstmal. Da kommst du aber nicht weiter mit. Irgendwann hast du halt alles auserforscht an Gebäuden und hast deine ganze Insel zugebaut und exportierst vielleicht auf die nächste Insel und dann kriegst du neue Gebäude dazu, aber es passiert dann sonst nichts weiter. Und da gibt es dann halt irgendwie vom Security-Heini die Anforderung, ja, mach doch mal ein Tor auf und guck mal, was passiert, wenn einer der Dinos dann die Besucher angreift, damit wir gucken, ob wir unsere Abläufe ordentlich hinbekommen. Also Abläufe ordentlich hinbekommen heißt halt, du klickst in dem einen Gebäude die Betäubungsgewehrmenschen an, klickst auf den Dino und die betäuben den und dann wird er in sein Gehege transportiert und du schickst die Ranger los, um den Zaun zu reparieren, den er vielleicht kaputt gemacht hat auf der Flucht. Oder machst halt das Tor wieder zu, das du absichtlich geöffnet hast. So und diesen Ablauf, den kannst du natürlich prinzipiell auch dadurch trainieren, dass du halt den Dinosaurier in seinem Gehege betäubst und in ein anderes Gehege verfrachtest, das du eben vorher gebaut hast. Aber es ist halt die Spielmechanik, der Auftrag erfordert, dass du das Ding rauslässt. So, das meine ich eben mit skrupellos. Klar, man kann diesen Auftrag dann ablehnen, dann wird aber der Sicherheits-Heini sauer und dann schaltet er dein Kraftwerk ab. Zum Beispiel. Schicke Grafik, die Dinos sind gut animiert, wenn man einen neu gezüchtet hat und aus dem Forschungslabor rauslässt, dann ist das auch ein schönes Video. Nettes Gimmick, man kann auch den Jeep der Ranger selber steuern oder selber mit dem Hubschrauber fliegen. Es gibt auch Aufgaben, wo das notwendig ist. Also man muss dann irgendwie, weiß ich nicht, ein Foto machen von irgendeinem Dinosaurier, der gerade trinkt. Und dieses Foto kann man dann verkaufen. Und was weiß ich, wenn man mehrere Arten von Dinosauriern auf dem Bild hat, dann wird das Foto auf einmal mehr wert und dann kann man das noch besser verkaufen. Blablabla. Das ist alles ganz nice, das ist alles ganz schick, aber es packt mich dann doch nicht so sehr, wie mich City Skylines gepackt hat. Aber für umsonst, für kostenlos war es dann wirklich mal in Ordnung. Ja, bei City Skylines, meine Stadt ist im Augenblick irgendwie 220.000 Einwohner und das läuft. Ansonsten war ich ein kleines bisschen fleißig, was das Thema Podcasting angeht. In der Reihenfolge des Erscheinens, wir haben eine neue Folge Nord-Süd-Gefälle rausgebracht, High-Alarm-Podcast, Folge 54, Shark Season. Tatsächlich also gar kein so schlechter Film von den Bildern her, aber die Handlung ist halt super lame. Und das CCP-Lagerfeuer 2 von 4 ist auch online. Also wir haben ja im Dezember dazu aufgerufen, dass sich HörerInnen bei uns melden können, die mal mit uns einfach ein bisschen rumhängen wollen an so einer Art Lagerfeuer, wo wir halt dann sagen, wir unterhalten uns einfach ein bisschen über Camping und Gedöns. Das funktioniert ganz prima. Wir haben jetzt also, wie gesagt, die zweite Episode mit Inga, Peter und Christian rausgehauen am Wochenende und auch da einfach eine Höherempfehlung von meiner Seite. Abgesehen davon bin ich der Meinung, dass Horst Seehofer als Bundesinnenminister zurücktreten sollte. Bis das passiert oder bis hier eine weitere Folge von Jörn Schaas für einen Podcast erscheint, wünsche ich euch eine fantastische Zeit. Tschüssi.